Hallo ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut mit euch, diese sechs Monate Spiritual Money durchzuerleben und hier möchte ich meine großen Dank aussprechen und ich habe ein paar Notizen gemacht und jetzt möchte ich vorlesen, was ich für euch vorbereitet habe. Tina, du hast mich inspiriert. Ich wollte immer, dass du etwas sagst, dass du dich traust, dass du deine Sichtbarkeit übst. Ich wollte dich kennenlernen. Ich habe mich selbst in dir gesehen, als ich nur zugeschaut habe und nur alles aufsaugen wollte. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und Liebe. Annalena, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Du strahlst so richtig Lebensfreude aus. Du hast immer eine positive Bemerkung und teilst von deinen neuen Erkenntnissen. Wenn du von deinen Kindern und Familie sprichst, bin ich besonders glücklich, weil ich weiß, für mich ist das die größte Quelle der Freude und Sinnhaftigkeit. Birgitte, ich bin so stolz, dich kennengelernt zu haben. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß noch, als du angeboten hast, mir ein Foto zu machen auf der Brücke vor der Philharmonie. Unsere Zeit zusammen in Hamburg war so einmalig und besonders. Ich lasse mich weiter von dir inspiriert. Anja, ich bin froh, dass wir gemeinsam in dieser Runde zusammengekommen sind. Ich bin inspiriert von deiner Mission und bin begeistert, als ich mehr und mehr von deiner Geschichte lerne. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bea, wir haben uns in Hamburg persönlich getroffen. Ich war dann kurz in einer deiner kleinen Gratiskurse. Du hast mich einen neuen Zugang geschaffen und ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Julia, du warst im Hintergrund, hast uns die Erinnerungen geschickt. Wieder und immer wieder. Ich danke, dass du da bist und ich hoffe, dich einmal persönlich kennenzulernen. Leon, es war toll, dass wir uns in Hamburg kennenlernen durften. Am meisten hat mich deine Geschichte von dein Australienaufenthalt gefreut. Es hat mich ein leichtes Gefühl des Zugehöriges Zugehörigkeit und Verstandenwerdens gegeben. Lutz. Lutz, du hast mich fasziniert und deine Lebensaufgabe umso mehr. Ich wusste nicht, dass es Berufe in Bewusstseinsbildung gibt. Deine freundliche, natürliche Art hat mein Herz gewonnen. Sabine, du inspirierst mich jedes Mal. Deine Natürlichkeit, deiner sanfte Stolz und Selbstverständlichkeit, dann deine zurückhaltende Zielstrebigkeit. Gib mir so viel Mut und Hoffnung. Christine, du hast diese außergewöhnliche Mischung von Persönlichkeiten zusammengebracht mit deiner HeartSales Academy, mit deiner Vision und tiefe Gabe, soulmates zu inspirieren. In dich und in sich selber zu trauen, zu glauben und zu investieren. Ich danke dir und ich danke jeden Einzelnen von deinen, meinen, soulmates. Es war so schön. Es hat mich sehr gefreut. Und die Reise geht weiter. Danke, danke, danke. Alles, alles Liebe.